Freunde, wir sind gerade Paddleboard fahren. Hallo. Schaut mal, wie schön das ist. Wir sind hier im Bernkastel-Tools. Da hinten seht ihr auch die Burg. Ich habe jetzt auch einen Beutel gekauft für Müll. Also falls wir Müll sehen, können wir den hier reinmachen. Da ist jemand von euch, eine Ente. Freunde, da kommt eine Welle. Einfach so ein kleines Boot macht so eine große Welle. Seht ihr den Spahn da? Da chillt der Spahn jetzt so. Also er hat uns nicht gegessen, er isst da was anderes. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich ins Wasser schmeiße. Wir essen jetzt was, da ist vegetarische Wurst drauf. Das ist so gechillt, schaut euch mal die Weinberge an. Wir fahren hier jetzt schon eine Zeit lang und irgendwie isst hier nichts. Also da sind auch keine Boote mehr oder so, es ist richtig gechillt. Stellt euch mal vor, ihr wohnt da und habt dann einfach da so einen Steg. Wir fahren gleich unter einer Brücke durch. Also der da, das gibt mir gerade Flashbacks an meinem Lateinunterricht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da ist noch eine Ente. Yay, wir sind durch und da hinten kommt ein Schiff.